Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, und mit der Fail-Zocki. Das was ich am besten kann. Failen ohne Ende. Ja, ähm... Wie gesagt, failen. Und so, ist hier jemand? Dabei nicht, ne? Dann bringen wir den schön um. Da, ab mit dir in die Schatten. Flutsch und weg. Flutsch und weg, so. Ähm, ja. Dann könnte man uns schon langsam mal dort in die Richtung bewegen. Na los, haut's ab. Drei. Drei, mhm. Das ist gerade voll unfair. Müssen die zum Quatschen anfangen, oder was? Drei, mhm. Drei, mhm. So. Na, das klappt so nicht. Ist klar. Kann auch nicht klappen. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Warum rennt er nicht mehr zurück? Irgendwas stimmt da gerade nicht. So, weg meine Gier. Dann wieder zurück. Na komm, in die Schatten. Dann schon mal hier hin. Da sind auch zwei. Oh je. Wie geht der jetzt? Haar, wieder zurück. Dann muss der da oben zuerst kribieren. Wie geht denn der bitte? Aha, dann vielleicht doch zuerst der. Aha, jetzt kommt er wieder. Bäh. Das ist kacke gerade. Warte mal. Wie gehen die zwei? Muss ich vielleicht fast so bleiben. Wenn ich Glück habe, sieht mich der Depp da drüben nicht. Gut. Erledigt. Sehr fein. Husch, husch. So, ja. Schade. Es geht kein F. Wegen dem Licht. Ich hoffe gerade, das macht nichts. Dann hierhin zurück. Vielleicht mit dem Glöckchen. Ich bin so doof. Weg, weg. Okay, das Glöckchen geht weit. Jetzt kommt nur einer. Sehr schön. Passt. Nicht schlecht. Hat sehr gut geklappt. So, schnell voll machen. Ich bin so doof. Nochmal. Ach. Ich verdrück mich da immer. Jetzt nimm das auf einmal an. Obwohl da der blaue Punkt da war und sonst nichts. Weißt, das ist so gemein. Warum machen die das? Ich finde das gar nicht korrekt. Echt. Ich finde gerade, das finde ich gerade ein bisschen kacke. Na komm, du Kradler. Da war jetzt nur dieser blaue Punkt ohne dem da. Und dann bohrt er sich einfach hin in die Drecksau. So, ist doch wahr. So, im Nieden. Fertig. So. Und geht er jetzt? Äh. Nein. Na gut. Dann muss das halt eben so gehen. Na würdest du? Danke. Geh. Und tschüss. Und tschüss. Na, das tut halt nix, ne? Uh-huh. Ah, zu weit weg. Es sind wieder beide. Nicht der Ernst, oder? Na? Wah. Hoffentlich schleicht sie einer wieder. Ich hab keine Ahnung, ob ich beide umgnäten kann. Schau, geht echt. Troll. Ha. Bombo-Kombo. Ha. Ha. Schön. Ha. 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 Nicht schlecht. Zwei neue Errungenschaften. Ja, ganz mal so unbewusst mal geschafft, ne? Fisch. Geht doch. Jetzt ist der Gradler dran. Schnell mal weg. Was? Jetzt war ich der Ernst. Pfui. Kruzifix. Ist ja wahr, ey. Gescheiße. Was ist los mit diesem Kerl? Das ärgert mich jetzt gerade gekommen, Bitschen, ha? Das kann nicht sein, dass ich da jetzt hängen bleib. Doch, doch. Ja, geht so gut, ne? So, weg mit dir. Passt. Passt. Da. Den kann man leider eh nicht wegmachen. Ist wurscht, was wir anstellen. Also muss er so umgenietet werden. Das gibt's ja nicht. So ein Dreck. Woher ist du? Hüpf, hüpf. So, und jetzt? Jetzt hauen sie wieder ab, ne? Das war jetzt voll für die Fische. Was? Wieso jetzt Alarm? Hä? Was? Warum? Ich glaube, jetzt spinnt es rum, oder? Das ist ja nicht ungeheuerlich. Boah, kacke, ey. Jetzt hätte ich das so schön hinbekommen, ne? Ja. Gut, den Hammer nach wie vor, das können wir schon wenigstens, also ich halt, na sicher. Na, wenn ich mir kurz mal die Nase kratze. So, passt, der ist erledigt. Ist das doof. So, doof, 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 doof. Mhm. 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 Das könnte eventuell was werden. Wo soll's da hin? Sehr unglaublich. Da ruhe es jetzt. Na, hüpft. Wie hüpft? Ach, dann hüpfst halt nicht. So, glaube ich. So, schön verstecken. Alter, wenn die gerade endlich weg sind. Jetzt bleibe ich da wieder hängen. Passt. Und weg mit dir. So. Schüsch. Jetzt müssten hier mal alle weg sein. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umschauen, ob es hier vielleicht irgendwelche Schriftrollen oder so gibt. Nur Besteck, Essen, Kisten. Aber keine Rollenschrift. Und das Schwert hier ist auch nur zufällig da, ne? Das hat nichts mit uns. Nein. Gut. Dann hält mir das schon mal so weit, ne? Na, komm. Ja. Ob es nochmal speichern wird für uns? Das wäre echt famos. Aha. Gut. Das lief nicht schlecht. Muss man echt sagen. Oh. Das lief auch gut. Alter Schwede. Aha. Da hinten ist einer. Drehte wie rum. Wäre gut, denn zuerst zu plättern. Weg mit dir. Hier drin ist auch einer. Hier ist niemand? Mhm. Vielleicht dafür nicht. Ah, Schriftrolle, Schriftrolle, Rolle. Eine schriftige Rolle. Yeah. Wo könnte ich denn die... Nein, ich bin... Wo? Alter. Scheißen, Dreck. Nicht perfekt. Jöhü. Schön. Kann man hier normal hoch, ne? Ja. Ja. Da drüben war aber auch irgendwas verdächtig. Ah, okay, das ist nur eine andere Möglichkeit, um hier rüber zu kommen, ne? So. So, okay. 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 Da kann man nur so. Mhm. Oh Gott, da drin ist wieder so eine Kackwache. Oh Gott, da sind zwei. Mhm. Da kann man sich nur rausloggen, ne? Probieren. Alle Beine. Ja. Ja, war. Uff. Hm. Da eine weg. Da andere weg. Gut. Hi. Nix wie rein hier, ne? Hier ist soweit nix wie mir scheint. Wie schaut's hier aus? Gut. Okay. Ist hier irgendwas versteckt? Na, hier ist nur ein Bettchen. Alter. Und sonst nix, ne? Nö. Mal kurz hier drinnen bleiben. Füh. 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 schon umgedreht. Ja. Ja. Was? Komm, hüpf. Boah, das ist voll spannend gerade. Für mich halt. Aha, Bogenschütze. Licht. Was haben wir hier noch im Angebot? Da oben ist ein Bogenschütze wieder. Das ist nicht gut. Der Kerl kommt zurück. Der Bogenschütze auch. Aha. Da muss ich warten, bis er ganz drüben ist, vielleicht. Puh. Schnell weg mit ihm. Wow. Nicht mehr gedacht, dass wir das schaffen. Haha. Schön. So. Und jetzt der hoch eigentlich, ne? Ah, jetzt geht er, ne? Ja. Boah, die Finger, ne? Ah. Ah, der zielt da drüben hin. Jetzt muss ich warten, bis er weg ist. Und hoch mit uns. Und hoch mit uns. Ah! Wie? Okay, wie kann ich die zerstören? Super, ne? Super, ne? Hm. Zerstöre die Lichtbarriere. Ja, toll. Und wie? Kommt der Gratler schon wieder? Ja, gell? Boah. Da hinten ist Wasser. Käse. So, weg mit dir. Das war auch knapp. Und was das da soll, weiß ich auch nicht zurecht. Den Bogenschützen da drüben müssen wir noch ausschalten. Aha, mit Wache. Ist hier wieder klar, oder? So, vielleicht mal. Kommt man hier hoch? Eher nicht, ne? Eher nicht. Da drüben sieht mich auch jemand. Dein Ernst. Kann man hier durch? Nein. Das Wasser. Pfui. Ähm, ja. Hm. Wo sieht mich denn da jemand, bitte? Oh! Der da. Ja. Ich wollte noch was probieren. Ist aber nicht so klug, wenn ich hier was probieren tue. Ist das scheiße. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Der Party ist jetzt ja auch wieder zu Ende eigentlich. Wird die zwei Minuten. Ähm. Ja, werde ich gleich beenden, weil es zahlt sich gar nicht aus, hier weiter zu machen eigentlich. Weil ich wahrscheinlich eh wieder, also wenn wir eh wieder von hier beginnen müssen und ich wahrscheinlich wieder failen werde. Boah, das ist echt hart, ne? Könnten wir was Neues lernen? Eigentlich schon, ne? Hm. Zu blenden. Anzulocken. Unsichtbarkeit. Da wäre mir das mit dem Köder vielleicht gar nicht mal so unlieb. Vielleicht kann man das nämlich kombinieren. Dass man zuerst die Falle stellt, dann den Köder dazu. Und dass man dann den, ja, oder so irgendwie. Hm. Machen wir das. Ziele auf den Boden und drücke E, um einen Köder aus Schatten zu erschaffen. Köder locken Wachen an und öffnen so neue Infiltrationswege. Gut. Lassen wir das bei dem. So. Jetzt speichern. Ja, speichern wichtig. Speichern gut. Das ist gerade, wie soll ich sagen, leicht übel. Ah, wir werden den Part jetzt einfach flischvollig beenden und demnächst gebe ich mir mehr Mühe. Jo. Wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter gekommen, aber das ist alles ein bisschen schwer, muss ich sagen. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Weg da rein. Das würde mich auch freuen. Aber ich denke eher nicht. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Ertragen meiner Fails. Auch wenn ihr schon wahrscheinlich Kopfschmerzen habt, zwar oder Faceball. Sorry dafür. Bedenkt aber, es gibt aus meiner Seite kein Schmerzensgeld dafür, ja. Äh, diese Videos anzuschauen, ähm, ja. Wie soll ich sagen? Ja. Das, ähm, liegt auf euren eigenen Kosten, sozusagen. Ah, na, ist gar nicht lustig. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, ich will mich im nächsten Part mehr Mühe geben, ähm, und hoffen, dass wir hier dann rasch durchkommen. Na gut, ihr Lieben. Also nochmals bedanke ich mich für alles und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.